Um eine Datei in ihrer ursprünglichen Umgebung aus Hard- und Software und in ihrer ursprünglichen Funktionalität zu erhalten, ist es notwendig, den Computer mitzuerhalten mit diesem ursprünglichen Betriebssystem. Das ist dieses Montadas Beispiel. Aber nicht nur das, auch die dazugehörigen Schnittstellen und Peripheriegeräte müssen eigentlich vollständig und funktionsfähig so lange wie möglich erhalten bleiben. Logisch, sagt jeder von uns. Wenn wir also einen Computer kaufen, kaufen wir gleich vier Stück und dann haben wir noch ein paar davon für später. Jetzt kommt aber das Problem, dass selbst massenhaft eingelagerte Ersatzteile, selbst wenn sie niegelnagelneu sind, wenn sie mint sind und nie angefasst worden sind, trotzdem der natürlichen Alterung und des physischen Verfalls unterliegen. Wir haben zum Beispiel bei unserer Peik-Arbeit drei originale Ersatzmonitore. Toll, würden Sie sagen. Aber davon war einer schon kaputt, bevor er überhaupt ausgepackt wurde. Der ist einfach in den 15 Jahren von selber kaputt gegangen, ohne dass er jemals in Betrieb genommen wurde. Okay, also das sind die Grenzen der Lagerung von Ersatzteilen. Die altern nämlich auch, selbst wenn sie überhaupt nicht benutzt werden. Und je länger sie lagern, desto größer ist die Gefahr, dass sie, wenn man sie dann braucht, schon hinüber sind. Wenn das nicht mehr funktioniert, dann ist Migration die nächste Stufe. Migration. Durch Migration soll erreicht werden, dass Bild, Text oder Sounddateien zusammen mit ihrem Kontext und ihrer Erschließungsinformation über längere Zeiträume hinweg im Umfeld ihrer jeweils zeitbezogenen Hard- und Softwarearchitektur verfügbar und lesbar bleiben. Was bedeutet die Strategie der Migration für die Bewahrung digitaler Objekte? Sie stellt kein größeres Problem dar, solange das archivierte Objekt auf einem jüngeren Betriebssystem und mit jüngerer Software in seiner vollen Funktionalität erhalten bleiben kann. Aber wir kennen jetzt bereits Kunstwerke, zum Beispiel aus der NetArt von 1995, die von einem ganzen Bündel von Steuerelementen, Skripten oder Protokollen abhängen, die wir heute schon gar nicht mehr benutzen. Und wenn wir jetzt diese Arbeit von 1995 mit Hilfe eines Firefox-Browsers von 2010 anschauen, dann wundern wir uns über unbeabsichtigte Veränderungen und der Restaurator würde sagen über Artefaktbildungen. Also das ist hochinteressant. Was passiert da? Also ich denke, da ist das Ende der Migration als eine Strategie der Bewahrung schon erschienen. Die nächste Lösung, wenn die Strategien der Migration am Ende der Fahnenstange angelangt sind, ist Emulation. Emulation. Das Emulationskonzept wurde, soweit ich das verstanden habe, 1995 von Jeff Rothenberg von der Rand Corporation vorgeschlagen, der das Migrationskonzept langfristig für zu unsicher hielt für die Langzeiterhaltung. Prinzipiell beruht das Konzept eines Emulators darauf, die Funktionalität eines Betriebssystems aus der Zeit, in der das archivierte digitale Objekt ursprünglich entstanden ist, nachzubilden. Das heißt, es soll eine nicht mehr vorhandene Hardware- und Betriebssystemumgebung so simuliert werden, dass die digitale Information in ihrer ursprünglichen Softwareumgebung und damit auch in ihrer ursprünglichen Funktionalität und Ästhetik für spätere Zeiten noch zugänglich gemacht und erhalten werden kann. Die Strategie der Emulation bietet ebenfalls Vor- und Nachteile. Die Vorteile liegen darin, dass ein Emulator, der ein bestimmtes obsolet gewordenes Betriebssystem auf einer neueren zeitgenössischen Maschine simuliert, jetzt sage ich mal theoretisch, theoretisch, alle Softwareprogramme und digitalen Objekte emulieren kann, die auf diesem alten Betriebssystem einmal liefen. Aber ich sage theoretisch, denn wir haben in den vergangenen Jahren in unserem Studiengang Versuche gemacht mit diesen Emulatoren und da zeigt sich, dass es doch nicht so ganz hundertprozentig immer aufgeht, wie das so versprochen wird. Das hakt und zwickt und geht nicht immer, aber manchmal schon. Man braucht also, so die Theorie, nur einen einzigen Emulator für ein bestimmtes obsoletes Betriebssystem zu programmieren. Und Emulation hat nach Angaben der Fachliteratur angeblich auf lange Sicht finanzielle Kostenvorteile gegenüber der Migration. Das grundlegende Problem der Emulation besteht jedoch darin, dass auch der Emulator wieder von einem bestimmten Betriebssystem abhängig ist und nur auf diesem läuft. Und wir kennen jetzt auch schon Emulatoren, die man jetzt nicht mehr benutzen kann, weil sie eben auf dem Betriebssystem, das wir jetzt benutzen, nicht mehr laufen. Das Problem des Emulators liegt also darin, dass er auch altert. Wenn also neuere Versionen entwickelt werden, kann es sein, dass der Emulator irgendwann selbst auch nicht mehr funktioniert. Er unterliegt also denselben Gesetzen der Alterung und muss also selbst mit migriert oder mit emuliert werden, wie die digitalen Objekte, die er eigentlich emulieren soll. Wenn also auch die Emulation keine mögliche Lösung für die Langzeitbewahrung mehr darstellt, besteht zum gegenwärtigen Zeitpunkt die letzte Möglichkeit in der radikalen Neuinterpretation oder sagen wir auch Rekonstruktion des Werkes. Dafür gibt es auch einige Beispiele mittlerweile. Die Strategie besteht darin, die Arbeit jedes Mal oder irgendwann einmal, wenn sie nicht mehr läuft, neu zu rekonstruieren oder zu reinterpretieren. Man sagt aber, dass die Parameter und Eckwerte dieser Reinterpretation oder Rekonstruktion, wenn möglich, vom Künstler selbst gebilligt und festgelegt werden sollten. 4. Ethische Regeln im Umgang mit digitaler Medienkunst In den letzten Jahren hat sich in den Konservierungswissenschaften eine verstärkte Wertediskussion entwickelt über ein verantwortungsvolles, ethisch-moralisches Verhalten von Konservatoren und Restauratoren gegenüber dem kulturellen Erbe unserer Vergangenheit. Offensichtlich ist es ein Bedürfnis entstanden, über die Fragen eines ethisch verantwortlichen Handelns verstärkt zu diskutieren und dabei einen tragfähigen Konsens zu erzielen. Dies drückt sich auch in der Tatsache aus, dass zwei Absolventen unseres Studiengangs Konservierung neuer Medien und digitaler Informationen, nämlich Niklas Hain, der heute hier ist, und Anu Kammelmann, ethische Fragen der Erhaltung von Medienkunst in den Mittelpunkt ihrer Masterthesisarbeit gerückt haben. So wie ich das als Außenseiter verstanden habe, war ein wichtiger Auslöser dieser Debatte die Doktorarbeit von Katrin Janis über Restaurierungsethik. Sie entwickelt in diesem Buch fünf Kategorien eines ethisch-moralischen Handelns gegenüber dem kulturellen Erbe der Vergangenheit, die von unterschiedlicher Qualität und unterschiedlichem logischen Status sind. Aber ich führe sie mal kurz auf, damit man sieht, wo man steht. Zentrale Bedeutung kommt nach Katrin Janis der Kategorie der Verantwortung zu, die sie nach dem Ethiker Ottfried Höffe als eine dreistellige Relation definiert. Das ist die Zuständigkeit von Personen für übernommene Aufgaben vor einer Instanz, die Rechenschaft fordert. Die zweite Kategorie ethischen Handelns gegenüber unserem kulturellen Erbe sieht sie in der Fähigkeit und in der Entwicklung einer kritisch-praktischen Urteilskraft. Sie fordert eine Klugheitslehre. Ich finde das sehr interessant, die Fragestellung, kann man kluges Handeln lernen oder lernen? Und vor allem, wie kann man das von einem nicht klugen Handeln oder unklugen Handeln unterscheiden? Ich finde das wirklich ernst gemeint, diese Frage. Es wäre interessant, mal darüber nachzudenken, können wir in diesem Fall in der ethisch-moralischen Begründung eine Klugheitslehre oder eine Lehre klugen Handelns entwickeln? Der dritte Aspekt, der ist hochinteressant. Sie fordert Interdisziplinarität. Janis fordert einen ständigen wissenschaftlichen Austausch und eine Kultur der offenen und kooperierenden Wissenschaften. Ihre Idealvorstellung besteht darin, dass Experten aus verschiedenen Disziplinen gemeinsam und gleichberechtigt ein bestimmtes Konservierungsproblem erfassen und es strukturieren, sich über die relevanten Begriffe verständigen und zu einer gemeinsamen Sprache finden. Eine ethisch verantwortliche Arbeit an der Langzeiterhaltung digitaler Medienkunst ist im Wesentlichen eine Teamarbeit, die von einem gleichberechtigten Ethos der Kooperation getragen werden sollte. Und das kann ich aus unserer Praxis an unserem Studiengang nur bestätigen. Wir arbeiten seit 2006 auf diese Weise. Wir ziehen uns die Spezialisten da heran, wo wir sie brauchen. Und wir arbeiten von Anfang an in einem interdisziplinären Team, wo jeder sozusagen eine Stimme hat und wo wir dann gemeinsam entscheiden, wie es weitergeht. Die vierte Kategorie bei Janis ist die Forderung nach einer Kultur der Rechtzeitigkeit. Ich möchte hier lieber von einer Kultur der Antizipation oder noch lieber eigentlich von vorausschauendem Handeln sprechen. Vorausschauendes, antizipierendes Handeln heißt, sich so frühzeitig wie möglich Gedanken über die Grenzen und Möglichkeiten der Langzeiterhaltung zu machen und die Zyklen der Wiedervorlage oder Überprüfung der einzelnen Medien genau frühzeitig, rechtzeitig zu erarbeiten. Als fünfte Kategorie setzt Janis die Bewahrung des Originals und seine Authentizität. Das Original sei durch seine historische Dimension bestimmt, argumentiert sie. Der Zustand des Originals ist Bestandteil seiner Authentizität. In dem Maße, in dem sich der ursprüngliche Originalzustand durch Altern oder durch Austauschen von Teilen verändert, verschwinden zwar Informationen, welche die Authentizität des Gegenstandes ausmachen, selbst aber, wenn durch Alterung, Gebrauch und Beschädigung das ursprüngliche Original mehr und mehr verschwinden sollte, bleibt paradoxerweise seine Authentizität offensichtlich doch so lange bestehen, bis noch irgendwie ein kleiner, winziger Teil des Originals vorhanden ist. Und da wäre es auch mal interessant zu fragen, wann ist es weg? Also wie viel Original muss noch sein, damit wir das noch sagen können und wie klein kann der Prozentsatz sein? Fünftens, Ausblick. Können wir uns vorstellen, wie in 500 Jahren, also im Jahr 2510, digitale Medienkunst von heute im Museum präsentiert wird? Können wir uns das vorstellen? Sicher wird man die Geräte, die wir heute benutzen, in 500 Jahren wahrscheinlich nur noch als Designobjekte wahrnehmen können, wenn sie sich bis dahin erhalten und nicht zerbröselt sind. Also man wird sie vor allem wegen ihrer formalen Designqualitäten beurteilen, aber sie werden nicht mehr funktionsfähig sein. Von daher greife ich eine Frage auf, die Bernhard Zerexe in seinem Exposé gestellt hat und auch heute Morgen noch mal kurz angerissen hat. Wie wäre es eigentlich, wenn wir die Frage der Langzeiterhaltung digitaler Medien vollständig von jeglicher spezifischer Materialität abtrennen und von einer Art Partitur, einer Art Notation, einer Art Code oder einer Art von Kalkül ausgehen, der jederzeit, solange diese Partitur, diese Notation, dieser Code, dieses Kalkül gelesen und interpretiert werden kann, auf legitime Art und Weise immer wieder neu aufgeführt, neu präsentiert und neu erfahren werden kann? Wäre dies eine Lösung für die Langzeiterhaltung digitaler Medien? Fragezeichen. Wenn wir in die zeitgenössische Kunst schauen, dann finden wir genug Beispiele von Werken, die auf einer solchen vollständigen Trennung zwischen einer Notation und einem Kalkül und einer Aufführung und einer Realisierung beruhen. Zum Beispiel die Arbeit One and Three Chairs von Joseph Kossuth ist zum Beispiel eine solche Arbeit, denn es gibt ein Zertifikat mit einer Handlungsanweisung, das jetzt so übertragen heißt, nimm einen Stuhl, mach ein Schwarz-Weiß-Foto, ziehe es so und so groß auf, suche eine Lexikondefinition von Stuhl in deiner Sprache, mache eine Foto von dieser Lexikondefinition, platziere Stuhl, Fotografie und Lexikondefinition irgendwie an der Wand und fertig. Mit dieser einfachen Handlungsanweisung kann diese Arbeit in 300 Jahren oder in 500 Jahren immer wieder neu hergestellt werden auf eine legitime Art und Weise. Auch im Fall der Wall-Drawings oder Wall-Paintings von Sol Levit liegen solche einfachen Handlungsanweisungen vor, die es auch in 200 Jahren noch möglich machen, auf legitime Art und Weise einen originalen und echten Sol Levit herzustellen. Ich finde schon, dass diese Überlegungen oder diese Beispiele es wert sind, einmal in Ruhe auf ihre Implikationen überprüft zu werden für die Frage nach Möglichkeiten der Langzeiterhaltung digitaler Medienkunst. Gibt es da die Möglichkeit, sich vollständig von jeglicher Materialität zu trennen und diese Arbeit auf einer Handlungsanweisung aufzubauen, auf einem Kalkül, der mit dem Künstler entwickelt wird, in dem Sinne, nimm das, tu das, mach das und dann tu dies und damit eben die Möglichkeit besteht, diese Arbeit immer wieder zu realisieren. Noch ein Beispiel zum Thema Authentizität. Ein Abstecher in die Musik. Eine musikalische Partitur kann immer wieder aufgeführt und abgespielt werden, solange es Menschen gibt, die diese Noten lesen und interpretieren können. Wir würden auch nie davon sprechen, dass es sich bei der Aufführung zum Beispiel des ersten brandenburgischen Konzertes von Johann Sebastian Bach aus dem Jahre 1721 um eine originalgetreue oder authentische Aufführung handeln müsste. Das würden wir, glaube ich, nie tun. Denn was heißt hier eine authentische Aufführung? Ist damit eine Aufführung mit Originalinstrumenten gemeint, die im Jahre 1721 gebaut wurden oder kurz davor, muss dann die Authentizität auch auf die Aufführungssituation ausgedehnt werden und müssen die Musiker mit Stühlen und Notenständern aus dem Jahre 1721 spielen in einem Raum, der im Regence-Stil dekoriert ist? Müssen sie Kostüme und Perücken aus dieser Zeit tragen? Müssen sie auch Unterhosen von 1721 anhaben? Oder dürfen sie Unterhosen von 2010 tragen? Sie sehen selbst, dass diese Fragen immer absurder werden, je länger man auf der Frage nach einer authentischen Originalsubstanz frägt. Aber diese Problematik haben wir auch heute im Bereich der digitalen Medienkunst und zwar beim sogenannten Monitor-Syndrom, wie ich das nenne. Selbst wenn es einigen heute noch in einer virtuosen Anstrengung und Meisterleistung gelingt, ein Videoband aus dem Jahre 1971 auf einem Original-Videoplayer von 1971 und einem Original-Monitor von 1971 vorzuführen und damit so etwas wie eine authentische Erfahrung zu suggerieren, selbst wenn es uns noch gelänge, dies alles in einem Originalraum der 70er Jahre zu machen, mit einem Original-Farbanstrich von 1971, vielleicht hat noch jemand bei Ebay irgendeine Farbdose mit 20 Liter von 1970 stehen oder müssen das Original-Sitzmöbel der 70er Jahre sein, selbst dann, wenn all dies gelingen sollte, gibt es doch einen Punkt, an dem die authentische Original-Erfahrung an ein jähes Ende kommt. Und das ist beim Betrachter. Denn es wird nicht möglich sein, einen Betrachter aus dem Jahre 1971 zu finden, auch nicht auf Ebay und mit einer visuellen Bildsozialisation der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts, der in diesen Raum vor dem Monitor und dieses Video von 1971 gesetzt wird. Er wird immer ein Mensch aus der Gegenwart sein, ein Mensch aus dem Jahr 2010, ein Mensch von jetzt und er wird mit der visuellen Sozialisation von YouTube, Facebook und Online-Fernsehen dieses Video von 1971 anschauen und man wird es nicht verhindern können. Und ich denke, dass dieser Punkt entscheidend für die ästhetische Erfahrung und die Rekonstruktion solcher Werke ist. Das heißt, die Rede von der Originalsubstanz, die erhalten werden müsste, von historischen Dokumenten oder einer authentischen Erfahrung, die man machen könnte, entpuppt sich angesichts der Gegenwart des Betrachters. Und dieses Problem lässt sich nicht lösen, weil ästhetische Erfahrung, wenn sie stattfindet, immer in der Gegenwart, im Hier und Jetzt stattfindet, dann erpuppt sich diese Rede als reine Fiktion. Authentizität ist meiner Meinung nach eine Chimäre, der man vergeblich hinterher rannt und die im Nebel des Diskurses entwischt, bevor sie sich überhaupt fassen lässt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.